Als im Jahr 1998 die sich schier endlos dahinziehende Ära Kol ihr Ende fand, war ich erleichtert. Sollte doch nicht nur auf Wunsch des Bundespräsidenten Roman Herzog durch unser Land ein Ruck gehen. Doch auch hier hat der Herrgott dem Wunsch die Wirklichkeit entgegengestellt. Und diese Wirklichkeit brachte irgendwann die Vorstellung des neuen Kabinetts Schröders mit sich. Gefolgt von meinem ersten Gedanken, au Backe, bitte gebt uns die alten zurück, denn die kannten wir wenigstens. Na gut, die Welt ging nicht unter, so wie sie es nach bundesrepublikanischen Regierungswechsel niemals tat. Wenn man mal vom Jahr 1982 absieht, als ich im Alter von zwölf Jahren fest davon überzeugt war, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt so etwas wie ein Pleonasmus sei, also ein weißer Schimmel oder eine schlecht genaunte Kaffee-Kellnerin. Aber zu Glück sind ja unsere Würdenträger laut Bundestagspräsident ade Norbert Lammert gewählt, aber nicht gesalbt. Und daher gehört der gelegentliche Austausch des Führungspersonals zum Geschäft. Wer hätte gedacht, dass die Dame, die 2005 nach der Wahl in der sogenannten Elefantenrunde von Gerhard Schröder verbal derart unpassend niedergemacht wurde, volle 16 Jahre durchhalten würde. Man könnte sagen, erst hat Schröder Merkel abgekanzelt, dann hat es sich für ihn ausgekanzelt. Bitte verzeihen Sie, mir ist heute ein wenig nach Faden Wortspielen. Nun geht also auch diese Epoche zu Ende und Angela Merkel, bei der man nie wusste, was sie eigentlich wollte und wer ihr nächstes Opfer werden könnte, scheidet müde, aber hultvoll aus dem Amt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie vermissen werde, da ja nicht nur mit Omikron eine neue Corona-Variante, sondern zusätzlich mit Olaf Scholz eine neue Merkel-Variante aufgetaucht ist, die sich nun durchzusetzen scheint und unter Umständen genau wie einst die Kanzlerin gekommen ist, um zu bleiben. Das Bundeskanzleramt ist wie das Büro unseres Wetzlarer Oberbürgermeisters. Du musst nur schauen, dass du reinkommst, dann bleibst du auch drin. Ich merke an mir selbst, wie lange ich brauche, um mich so richtig nach Kanzlerwechseln zu sehnen. Irgendwie hat man es ja doch auch ganz gerne gemütlich. Und unsere langjährige Chefin hat ja auch alles dafür getan, die von ihr verhassten Diskussionsorgien tun, nichts zu vermeiden. Aber nun ist es soweit und wir sollten uns lieber schnell daran gewöhnen, dass sie weg ist. Machen wir uns klar, als Merkel an die Macht kam, gab es noch kein Smartphone und mein Sohn war noch nicht geboren. Wie normal eine weibliche Regierungschefin für ihn ist, zeigte sich schon bei der Bundestagswahl im Jahr 2013. Es liefen die Hochrechnungen im Fernsehen, mein damals sechsjähriger Sohn schwang ein selbstgebasteltes Merkel-Fähnchen und ich dachte so bei mir, entweder ist diese Jugend völlig verloren oder viel klüger als wir denken, weil sie erkannt hat, dass die Zeit des Polterns und herrischen Herumposaunens vorbei ist. Insofern danke ich Angela Merkel, denn sie hat trotz des ihr immer wieder gemachten Vorwurfs, sie würde das Land bewusst entpolitisieren, zumindest erreicht, dass mein Sohn bis heute alle Kanzler mit Namen und in der richtigen Reihenfolge aufsagen kann. Und er sehnt sich in keiner Weise nach irgendwelchen starken Männern an der Spitze. Ein Umstand, der ihn hoffentlich immun gegenüber allen autoritären Versuchungen macht. Das alleine reicht mir heute erstmal. Den Rest überlasse ich den wirklich klugen Autoren.